Ah, schon gut, schon gut. Ich werde schon ein schnelles Baddämen. Nein, nein, nein. Ich kann das alleine. Stopp! Ah, aber das ist wie ein Skuch oder wie ein verwesender Biber rieche. Das ist eine absolute Brechheit. Biber! 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 Hey, Mann! Hast du gehört? Der sprach von einem Biber! Oh, ich habe nichts gehört, Mann! Ach, du hörst doch nie etwas! Was? Ich sagte, du hörst doch nie etwas! Mann, Jamie, schreib mich an! Ich schrei dich doch nur an, weil du nie etwas hörst! Bist du mal einfach schon wieder! Knauze, Jungs! Dann schreib mich mal auch schon an! Mach, Jamie, schnauze! Könnt ihr bitte die Knappe halten! Wenn ich schon einmal bade, und das kommt wirklich äußerst, äußerst selten vor, Ja, bitte ich mir absolute Ruhe! Verstanden! Jetzt schreit mich der Hochschul an! Mister! Wieso schreit sie meinen Bruder an? Was? Ich frage dir, warum er sich anschreit, du Idiot! Wieso schreit du mich jetzt an? Maul halten! Siehst du, jetzt ist man böse auf uns! Mister? Hä? Ähm, äh, Hawkins! Sam Hawkins! Der beste Westman aller Zeiten, der gerade versucht, ein äußeres seltenes und nicht ganz freiwilliges Bar zu nehmen! Nein, aber wenn ihr hier so rumbrüllt, dann wird das wohl nichts! Ihr sprach von einem Biber! Was? Ha, 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 er hat aufschlöst! Was? Ha, 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 du jetzt auch! Was? Ha, 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 war jetzt auch! Knauze! Ihr sprach also von einem Biber, ja? Wir sind nämlich auf der Jagd nach einem Biber! Ja! Ha, 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 ha! Ihr jagt einen Biber? Ja, ha, 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 ha! Hier bei uns, in der trockenen Wüste, einen Wüstenbieder. Ja, das ist wieder ein Wüstenbieder. Ich glaube, ich entbrenne mich jetzt in meinem Fall. Schreiwillig. Ein Wüstenbieder? Wo, wo, wo ist er jetzt? Ah, nein! Doch, ja! Nein! Nein!